Bisschen Zeit habe ich noch, bis hier Nachtschicht anfängt. Ich kann noch ein bisschen quatschen. Erst um 31 Uhr kommt hier die U-Bahn. Muss ich mal ehrlich sagen. Die Nachrichten beschäftigen mich immer dazu mit diesem scheiß Krieg. Ich ursprünglich oft meine Meinung hier. Da kann man anscheinend nichts ändern. Die wollen jetzt so einen großen Angriff machen auf Russland. Diese Diktaturen mit dem Sudan und so weiter. Aber ich werde mich ja ganz oft wieder erholen. Aber ich sehe das jeden Tag. Ich gucke mich immer wieder an, diese scheiß Nachrichten. Und frage mich, warum diese Menschen so beschwert. Und nicht etwas friedlich miteinander leben kann. Ich verstehe das nicht. Von Israel und so. Palästinenser. Meine Arbeit beschäftigt mich ganz viel. So im Kopf. Kann ich jetzt aber wieder nichts sagen. Mal geheim. Man darf ja nicht über die Arbeit reden. Aber ich denke viel darüber nach. So in den letzten zwei Jahren habe ich da ja gearbeitet. Und arbeite immer noch. Und ich bin hier. Und einige Sachen richtig cool. Und einige Sachen. Ist man mal anderer Meinung so. Also ich beschäftige mich halt viel so. Damit kann man so weitermachen. Äh. Darauf Arbeit. Wie kann man die Arbeit gut machen. Und was gibt es noch so für Optionen. So für die Zukunft. Wird zum Beispiel Januar irgendwann mal ins Ausland gehen. Ja. Träume immer noch vom Jackpot. Ich hoffe morgen kommt Gehalt. Ich wollte auch mal was gewinnen. Und ich hoffe nicht, dass ich dann wieder ein Gehalt kommt. Wie da alles verzockt. Ich denke mir so traurig bin. Darf einfach nicht passieren. Nicht schon wieder. Ja. Ansonsten. Manchmal bin ich ein bisschen einsam. Wie immer in meiner Wohnung. Und manchmal genieße ich auch die Freiheit. So. Ansonsten machen wir die Freude. Also eigentlich nicht verneuert. Immer dasselbe. Naja. So ist der Abfeld aber von heute. Von. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. 26. April 2023. Ey. Nein. Der Geburtstag. Ich werde 38 gewählt. Scheiße. Bald 40. Ich werde 32.